Jo, und das hier sind auch hier meine Starter-Packs, währenddessen Let's Gaming seine ungefragte Meinung uns in der Party kundtun muss. Wir sind hier auf alle Fälle, auf alle Fälle mit einigen aus der Crew am Start. Hier bekommen wir... So, jetzt, nur Spieler-Sets, jetzt wird man richtig rausgehauen hier, komm. Jetzt wird man richtig auf die Kacke gehauen und es ist natürlich dunkel, das Pack. Non-Ware, nein, nein, oh mein Gott. Es war einfach Russland und Spartak-Moskau so knapp an Messi vorbei, ich kam nicht mehr drauf klar. Starter-Pack, nur Spieler gemacht, habt ihr die alle auf den Transfermarkt gestellt oder behalten? Ganz klar, ich habe alles drauf, genau. Alle mit den FSCs. Nein, das ist klasse, hau alles weg, du brauchst Coins am Anfang, bitte, hau alles weg. Okay, mache ich. Er braucht alles weg, hau. Oh shit, ich glaube, ich behalte nur die Bundesliga-Spieler. Okay, jetzt kommt, nur Spieler-Set, Jungs. Ich brauche, also ich habe gerade massig Bundesliga-Spieler bekommen, also ein Non-Ware-Bundesliga-Team, werde ich mir aufbauen können. Sveta, ich habe nur mit dem... Ah, scheiße, Digga, Kujate. Es hätte auch dieser andere Typ sein können von Everton, schade. Pass ab, bis du die 50 Kfix ziehst. Und wieder ein Snob. Oh, jetzt ist diesmal sogar ein volles Snob. Non-Ware-Adrian-Ramos. Digga, absoluter Serti-Ramos-Troll wie bei dir gestern, Let's Gaming. Oh, der Fuchs von... Lester, ist der was wert? Nö. So, jetzt geht's mal zu den Packs, die eigentlich mal ein bisschen besser sein könnten, oder? Die 50 K-Packs. Na, gleich. ZM Spanien. Was ist denn das? So ein Snob. Toros, okay. Wer spielt, oder? Der von Porto. Ja. Jo... Das gefällt den Leuten, wenn ein YouTuber, der nix zu sagen hat, da jetzt Stress macht. Tafel! Alle 10 Jungen! Toros, ihr wollt mich ficken. Ihr wollt mich ficken, Alter. Hallo. Ruhli? Digga. Aber wer ist... Da kannst du nur kaufen. Digga, meine ersten Tafeln. Ich komm auf mein Leben nicht klar. Bist immer noch ein Snob, Digga. Digga. Es ändert einfach nix dran. Ich glaub, das werden wieder Tafeln. Ich wär blöde. Guck. Ich wär blöde, Jungs. Spanien, Torwart. Ahaha. Serena. Das ist nicht ja normal. Das ist halt solche Runde, ihr ey. Das ist halt solche Runde. Ich hasse euch. Als ob du schon wieder solche Tafeln hattest. Sansone. Ja, was ist denn mit dem los, Jungs? Der kostet ja vielleicht mal was. Ja. Ja, Digga. Die kosten vielleicht mal was. Jetzt kommt ein absolutes Scheißpack. Komm, bitte Mbappé. Bitte Mbappé. Ah, ah. Ach du Scheiße, wer ist denn das? Mbappé ist ein 380er von Sonne-Tafeln. Ach, stimmt, Scheiße. Ja, Mbappé, der kostet 100k. Das ist nicht so. Ja, ich weiß. Alter, hier ist ein Ex-Bayern-Spieler. Björn Coplin, alles da. Ja, Jungs. Ich hoffe mal, euch hat dieses kurze Start-Up-Pack-Opening gefallen. Mit den ganzen Snobz hier im Hintergrund. Ähm, um zur Crew zu kommen, auf alle Fälle unten in der Videobeschreibung schauen. Ich hab euch auf alle Fälle Mysterium und Let's Game ganz oben verlinkt, weil die waren ja dem Video mit dabei. Joker macht ja kein YouTube mehr. Und jetzt würde ich sagen, euer FIFA-Sweater ist raus. Haut rein und ciao. Wow.